Ja, ich hab dir die Nummer gerade zugesendet, Thomas. Und dann schick mir mal bitte die Bilder rüber von Heinz. Ich glaube nämlich, dass du dich verguckt hast. Ich glaube, der liegt mit Giti im Bett. Das ist ja völlig widersinnig. Der rennt doch jetzt hier nicht nachts und nach eins. Rennt der doch nicht. Wie spät ist das? Was, wie ist es nicht? 1 Uhr 8 Uhr oder was? Rennt der doch hier nicht durch heilen See? Nee, das gibt keinen Grund, dass er das tut. Heinz ist auch nicht der Typ, der jetzt säuft oder irgendwas. Gut, der hat ein paar Mal Streit mit Giti. Aber wieso soll denn der da bei Aldi rin kiepen? Na, das erklärt sich mir ja gar nicht. Ich meine, das ist nicht weit vom Ziehenautofahrt entfernt. Das stimmt. Schick mir mal die Bilder rüber, Thomas. Ich will mal kiepen, ob das Heinz ist. Ich kann mir das nicht vorstellen beim besten Bild. Ich kann mir das nicht vorstellen beim besten Bild.